Hallo Leute, ich bin in den Arcaden angekommen, Module sind alle an, diesmal haben die es geschafft, oder? Ja genau, genau so ist es, richtig. Aber da steht kein Name bei mir, steht bei euch ein Name? Bei manchen ja, aber bei manchen ja. So ist es immer bei mir, genau so. Das ist ja Potsch. Das sind richtige gesponserte Module. Ja. Nicht wie unsere. Hatten Sie schon drinnen? Nein, wo drinnen. Drinnen? Nein, nein, nein. Da ist aber auch nichts drin. Aber da ist ein Pikachu da. Den schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. So, es ist draußen ein bisschen zu heiß, ein bisschen zu sonnig. Wir können uns mal kurz hier rein, auf der Suche nach dem Pikachu. Wo ist es denn? Keine Ahnung. Aha. Entdeckt. Und ein Aja auch noch. Da ist es nicht am fahren. Noch nicht. Noch nicht. Lass es locker angehen. Lass es locker angehen. Ja, das ist alles noch da. Ist ein bisschen gerade alles verplant. Keiner weiß genau, was man so macht hier. Wir streuen dann hier eigentlich nur so rum. Ja cool. Ich schalte jetzt irgendwas. Wie kannst du schon gesichtet oder? Er ist vor uns geflüchtet. Erst vor uns geflüchtet. Wir haben ihn gesehen. Wir wollten ihn ansprechen und dann ist er dem Jungen eine Tür abgehauen. Ja, den finden wir schon noch. Da muss man noch ein Foto machen. Ja, den finden wir auf jeden Fall noch. Hat man gesehen, ist geflüchtet. Stimmt. Winde. So. Auf dem Weg zu den Machomei. Die Jungs haben mich überredet. Ja, ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Und mich würden die es echt nicht schaffen, aber Koray ist schuld. Echt überraschenderweise sehr sehr viele Leute hier bei Machomei. Ja. Alter, ich sage mal. Aber echt. So. Mehr als Despoter manchmal. Das ist top tier. Es ist sehr sehr überraschend. Oha, da sind doch noch welche. Mehr Leute wie Despoter. Mehr Leute hier für Machomei als Despoter. Ja. Richtig Leute. Oder. Hast du auch noch einen Slimer hier irgendwo drin? Wir sind ja alle wie gar Slimer hier. Ja ja. Nein. Slimer wird jetzt mit dem Gutscher gefangen. Das ist der Nachteil von Gutscher. Kannst du dich entscheiden. Scheiße, ich habe den Slimer geklickert. Oh. Er geht noch nicht. Vielleicht kann ich den Slimer doch noch fangen. Okay, da sind jetzt auch noch zwei. Ja. Das sind echt viele Leute. Ja, man. Wieder fängt jetzt den Slimer. So. Wollen wir ein Team aufteilen? Schnell? Für mehr Bälle? Ich bin eh blau. Du bist jetzt zweiseits blau. Wir zwei sind rot. Und Hong kommt zu uns. Braucht noch einen starken Spieler hier zwei, oder? Zwei Reichen. Locker. Ja, zwei gleich auf jeden Fall. Slimer geklickert. Ja. Ja. Machen wir unser eigenes Ding, oder? Privates Ding, oder? Machst du uns auch? Ja, mit Hong zusammen. Ich weiß ja nicht, wie er jetzt an Ausnahmsweise, was ich sonst nicht schaffen würde. Machst du das oder nicht? Ja, weiss. Ohne Hong schaffen wir's. Ohne Hong schaffen wir's. Ohne Hong schaffen wir's. Echt, oder? Ja. Ja. Es gibt keine Gruppe mit diesem Code, was? Ja, gehen wir nochmal privat? Warte, ich geh mal raus. Nee. Na, ich bin mal raus. Da sind voll wieder... Private Group, ja. Ja. Noch einmal. Du hast schon erstellt, oder? Du hast diesen Code eingegeben. Es gibt keine Gruppe mit diesem Code, aber ich bin doch auf erstellen gegangen. Nein, ich nicht. Ich hab jetzt eine gemacht. Hast du jetzt einen gemacht? Gelachsus, Medbo, Gelachsus. Was? Ich weiß nicht, ob... Okay. Da kam gerade eine Fehlermeldung bei mir. Nee, nee, das hat nicht funktioniert. Okay, warte. Mach du einen. Nein, dieser Samen, dieser Samen-Shiggy. Hast du das erstellt, oder? Ja. Ja, ich bin alleine. Dieser Samen, dieser Samen-Shiggy. Okay. Ja. Okay, diesmal hat's geklappt. Ja. Ja, das ist geklappt. Aha. Hier könnt ihr mein neues, gemaxstes, Simsaler sehen, 100%. Das habe ich in dem Video heute gemaxst. Spoiler-Alert. Für alle, die es noch nicht geschaut haben. Okay. Jetzt hat er doch zwei Psycho-Attacken direkt bekommen. Was war das in der Kunde? Die Samen, die Samen-Shiggy. Genau. Okay, da kommen noch mehr Leute. Oh mein Gott. Nur für Machu mal. Sag ja. Top Tier. Und das stinkt, dem wirklich. Und das kommen noch schon. Ja. 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 Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir warten, oder? Die Nachricht kommt, wenn ich durchgehe. 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 Der Nachricht kam, wenn ich durchgehe. Die Nachricht distortiert meinten, dass shiny pikacje kommen sollte. Aber natürlich nicht. Keine Ahnung, woher diese Idee hatten. Trotzdem war ganz lustig. 12 Module, viele Leute sind gekommen. Viele von euch. Hab viele Bilder gemacht. Habe gerade ein paar gesehen, weil ich nicht immer die Kamera ausgepackt habe. Hab nicht woran gedacht. Sogar paar Unterschriften also war ich cool. Habe mich echt gefreut. Und für alle, die Foto gemacht haben, könnt mich auch auf facebook oder instagram markieren. Weil es ist auch eine coole Erfahrung für mich Coole Erinnerungen Also falls da jemand mich irgendwie markieren will Könnt ihr das gerne machen Ansonsten wie gesagt Nicht allzu viel passiert Echt viele Leute Allgemein beim Event Aber auch echt viele Leute bei Machu Mai Great Was mich überrascht hat Aber wir sind danach noch ein bisschen geblieben Hab dann meinen zweiten Account ausgepackt Den bisschen gelovellt Das Video seht ihr wahrscheinlich Entweder morgen oder später vielleicht noch Wenn ich Zeit und Bock hab Lasst euch überraschen Ich hab da endlich mein Team ausgewählt Und ansonsten war es das Echt cooles Event eigentlich Echt cool paar Leute zu treffen Shoutout an die Jungs aus der Schweiz Das sind echt coole Leute Echt harte Grinder Alle Level 40 Alle über um die 29 Millionen und drüber So wie ich Und die sind zu uns gefahren Am Freitag und am Samstag Also heute sind die nach Oberhausen gefahren Ich bleib mal kurz hier ein Screenshot ein Also echt harte Grinder Gefällt mir echt Dann die Jungs aus Nürnberg waren auch da Leider nicht viel zusammengequatscht Aber ich hab euch gesehen Shoutout an euch natürlich Und auch an alle anderen Die gekommen sind Und mich angesprochen haben Es gab auch ein paar Leute Die mich nicht angequatscht haben Aber nur angeguckt haben Angeglotzt haben Also das nächste Mal traut euch Sprecht mich an Weil ansonsten ist es echt merkwürdig Aber das war's Cooles Event Zweiter kommt ein bisschen gelevelt Bisschen mit euch abgehangen Und ansonsten wie mal liken Subscribe und kommentieren Checkt die anderen wie es ab Folgt mir auf Instagram und Facebook Markiert mich, wenn ihr ein Foto mit mir gemacht habt Vergesst nicht Pokémon als tieres Business Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal